Hallo liebe Freunde, seid willkommen zu diesem neuen Collectors Video, in dem wir uns heute eine komplette Displaybox mit 24 Packs aus der brandneuen FIFA 365 Adrenalin XL 2024 Kollektion von Panini anschauen wollen. In jedem dieser 24 Päckchen sind sechs Cards enthalten, bedeutet also in diesem Video warten insgesamt 144 Karten aus dieser neuen Kollektion auf uns. Wenn ihr mehr zur Kollektion selbst wissen wollt, dann schaut einfach mal in den Artikel auf der Collectors Webseite, habe ich euch unten in der Videobeschreibung und rechts oben in der Infobox verlinkt. Unerhältlich sind diese Boxen, während wir sie uns mal eben von allen Seiten anschauen. Zum einen im stationären Handel, da dürftet ihr sie überall finden, wo es Sticker und Training Cards gibt. Preis pro Einzelpäckchen, das sehen wir hier auch nochmal auf der Rückseite, beträgt 1,50 Euro und alternativ für alle, die nicht so gerne vor die Tür und in die Stadt einkaufen gehen, bekommt ihr das Ganze auch sehr unkompliziert im deutschen Panini Onlineshop, der euch die dann bestellten Produkte sehr kurzfristig nach Hause liefert. Den Link zu den dortigen Produkten habe ich euch ebenfalls mal unten in die Videobeschreibung gepackt, sodass ihr da mit nur einem Klick direkt und schnell hinkommt, ohne lange suchen zu müssen. So, dann wollen wir unsere Packung mal aufmachen, werden von dem typischen Gold der FIFA 365 Kollektion begrüßt und dann starten wir uns mal unsere 24 Päckchen, packen unsere Displaybox zur Seite, sodass wir auch genügend Platz haben und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Wir haben in diesem Jahr zwei verschiedene Booster Designs, das sind diese beiden. Und bevor wir so richtig einsteigen, für alle, die das interessiert, nochmal der Blick auf die Pack Odds. Und wenn ihr euch das jetzt verinnerlicht habt, dann können wir uns an unsere Packs dran machen und wollen mal schauen, wer uns das erwartet. Los geht's mit Päckchen Nummer 1 und Chiquinho von Benfica, den wir hier als Teammate-Karte sehen, also die Base-Karten oder hier unten auch Core genannt in dieser Kollektion. Dann kommt direkt unsere erste Special-Karte mit dem Wappen von Atletico Madrid. Ihr könnt es vielleicht sehen, die Wappen haben so einen leichten Metall-Effekt bekommen. Sehen, wie ich finde, dadurch richtig stark aus in diesem Jahr. Dann die erste Karte aus der Fans-Kategorie und die hat die Oberkategorie quasi schon im Namen. Eine Fans-Favorite-Karte mit Araf Hakimi von Paris Saint-Germain. Und der Rest zu den Base-Karten beginnt Markus Thüram von Inter, Bernardo Silva von Manchester City und Sadio Mane für die Bayern. Der eine oder andere hat es vielleicht schon bemerkt, die Karten in diesem Jahr pro Team nummeriert. Also keine durchgängige Nummerierung durch die komplette Kollektion. Wird der eine oder andere am Anfang nicht so toll finden, aber das hat in diesem Jahr durchaus Sinn. Da es verschiedene Editionen dieser Kollektion gibt, zum Beispiel eine griechische und eine nordische Edition gibt es auch wieder. Und durch die Nummerierung pro Team lassen sich die Karts aus den verschiedenen Editionen dann auch wunderbar untereinander kombinieren. So, wir machen weiter mit der Base-Karte von John Stones von ManCity. Dann kommt unsere erste Karte aus der Power-Kategorie und das ist eine Magician-Karte mit Nicola de la Cruz von River Plate aus Argentinien. Darunter eine der neuen Homegrown-Karten mit Spielern, die noch im Verein spielen, der sie groß gemacht hat. Und ein typisches Beispiel dafür ist Phil Foden von Manchester City. Und hier haben wir sogar eine dritte Special-Karte im Päckchen mit der Double-Trouble-Karte von Mkhitaryan und John Lolo von Inter. Das ist eine weitere Karte aus der Fans-Kategorie. So, Base-Karten haben wir auch noch. Eduardo Camavinga und Marcos Alonso von Barcelona. Nächstes Päckchen mit Nowell Molina von Atletico. Dann haben wir Owen Weindahl von Ajax. Unsere erste Giant-Karte mit Kevin De Bruyne von Manchester City. Und das der obere Teil dieser Giant-Karte, die aus drei verschiedenen Karten besteht und untereinandergelegt, dann nochmal ein komplett neues Bild ergibt. So, dann haben wir auch hier wieder eine Power-Karte mit im Päckchen. Und diesmal ist es eine Titan-Karte mit Leandro González-Pierrez. Und der kommt ebenfalls von Overplayed. Also unsere beiden Power-Karten vom argentinischen Vertreter in dieser Kollektion. Und auch hier noch eine dritte Special-Karte-Päckchen mit der Double-Trouble-Karte von Raphael Leao und Olivier Giroud vom AC Milan. So, bleibt noch eine Base-Karte mit Gianluigi Donnarumma von Paris Saint-Germain. Dann geht's weiter mit Kevin Bessey von Ajax. Eine weitere Magician-Karte, diesmal ist es Joshua Kimmich von den Bayern. Dann unsere erste Captains-Karte mit Jamal Lassell von Newcastle. Und dann kommen unsere restlichen Base-Karts mit José Manuel López von Palmeiras aus Brasilien. Teamkollege Anderlan und dann haben wir noch Andreas Christensen für Barcelona. Nächstes Päckchen mit Stefan Savic von Atlético als Base-Karte. Dann Luca Modric als Time-Machine aus der Gold-Kategorie. Den packen wir jetzt einfach mal hier über Kevin De Bruyne drüber, denn ganz so viel Platz haben wir nicht auf dem Tisch. Die nächste Hongkong-Karte mit Federico Di Marco von Inter-Mailand. Und eine Fans-Favorite-Karte mit David Klaasen von Ajax. Zwei Base-Karten haben wir noch. Anzo Fati hier noch im Trikot von Barcelona und Alisson von Liverpool. Im nächsten Päckchen finden wir Matthias Vicino von Lazio. Dann Jesper Lindström vom zweiten deutschen Vertreter in dieser Kollektion, Eintracht Frankfurt. Unsere erste Dominator-Karte mit Antoine Griezmann von Atlético. Dann das Wappen des AC Milan. Die Double-Trouble-Karte mit Luca Modric und Toni Kroos. Und als Base-Karte haben wir dann noch Ezekiel Barco von River Plate. Dann haben wir wieder ein Spieler in der Frankfurter Eintracht mit Christian Jakic. Unsere erste Rising-Star-Karte mit Elliot Anderson von Newcastle. Ihr seht, bei den Rising-Stars führt Panini das vor einer Weile eingeführte neue Rising-Stars-Logo auch fort. Dann haben wir die Fans-Favorite-Karte von Shansom Bemba von Olympique Marseille. Und als Base-Karten Alex McAllister, Ignacio Fernandes von River Plate und Patrick von Lazio zum Abschluss dieses Päckchens. Nächstes Päckchen mit Luis Alberto von Lazio. Dann kommt die Titan-Karte mit Marquinhos von Paris Saint-Germain. Das Wappen von Lazio Rom. Die Fans-Favorite-Karte mit Theo Hernandez. Und als Base-Karten haben wir dann noch Nick Pope von Newcastle und seinen ehemaligen Teamkollegen Alain Maximin. Dann haben wir Christian Aslany von Inter. André Di Maria für Benfica. Und da kommt die Invincible-Karte mit Jan Oblak, Virgil van Dijk, Marco Ferrati und Robert Lewandowski. In diesem wunderbar glänzenden Gold-Rund der 365 im Hintergrund. Richtig schick geworden, diese Karte, für die wir jetzt hier oben auch mal ein bisschen Platz machen. Und dann haben wir noch die Home-Ground-Karte von Danilo Cartagli von Lazio Rom. Die Captains-Karte mit Davide Calabria vom AC Milan. Und die Base-Karte von Rodrigo de Paul zum Abschluss dieses Päckchens. Dann geht's weiter mit David Neres für Benfica. Die nächste dieser schicken Power-Karten. Eine Magician-Karte mit Rodrigo de Paul. Dann wieder eine Home-Ground-Karte. Diesmal ist es Presse de Kimpombe von Paris Saint-Germain. Und auch hier eine Fans-Favorite-Karte im Päckchen mit Goncalo Ramos von Benfica. Das ist hier Base-Karten zu Junji von Atletico und Miguel Almiron von Newcastle. Dann haben wir Robin Gosens, inzwischen ja bei Union Berlin. Hier noch im Trikot von Inter Mailand. Dann der mittlere Teil der Giant-Karte von Kevin de Bruyne. Mal schauen, vielleicht kriegen wir die sogar noch komplett in diesem Unboxing. Dann die Dominator-Karte von Lautaro Martinez von Inter. Und die Captions-Karte von Martin Oelgaard von Arsenal. Sowie als restliche Base-Karten Jason Sancho von Manchester United und Evan Ramsdale von Arsenal. So, an Robin Gosens und einigen anderen vorher schon sieht man natürlich, dass der Redaktionsschluss dieser Kollektion mitten im Sommer-Transfer-Fenster lag. Einige Wechsel sind schon berücksichtigt, aber die meisten, die relativ spät passiert sind, kamen dann für diese Kollektion natürlich zu spät. Weiter geht's mit Raphael Vega von Palmeiras. Odysseas, Vlachodimos, Benfica. Dann das Wappen von Barcelona. Rodri als Fans-Favorite-Karte von Manchester City. Und hier waren ausnahmsweise mal nur zwei Special-Karten im Päckchen, sodass die restlichen Karten Base-Karten sind. Rodri Ovalendro von River Plate und Teamkollege Pablo Soari. So, das war die erste Hälfte. Wir machen uns an Werk Nummer 2. Der mit Leonardo Baleri von Olympique Marseille beginnt. Dann haben wir unsere erste Top-Keeper-Karte mit Chesney von der Juve. Homegrown Davide Calabria, den haben wir eben schon mal gesehen. Und Captain Leonardo Bonucci von Juventus Turin, wo er, wie wir alle wissen, inzwischen nicht mehr ist, denn er spielt ja jetzt bei Union Berlin in der Bundesliga. So, Base-Karten noch. Harvey Elliott von Liverpool und Philipp Stankovic von Inter Mailand. Dann haben wir immerhin Klapport von ManCity. Enzodiaz, River Plate, das Wappen von Paris Saint-Germain. Fans-Favorite, Rafa Silva von Benfica. Und als Base-Karten noch Olivier Giroud vom AC Milan und Riyad Mahrez von Manchester City. Dann haben wir Brian Broby für Ajax. Lissandro Martinez von Manchester United als Titan. Dudu von Palmeiras als Fans-Favorite. Und Rest-The-Base-Karten, Alex McAllister-Liverpool, Samuel Elling Jr. von Juventus und Ferlon Monti von Real. Weiter geht's mit Bruno Gemmaresch von Newcastle. Dann der nächste Top-Keeper und das ist Jan Oblak von Atletico. Das Wappen von Lazio Rom und die Fans-Favorite-Karte von Makoto Asebe von der Frankfurter Eintracht. So wie die Base-Karten von Nick Pope und Jan Bissek, der für Inter Mailand aufläuft. Nächstes Pick hier mit Leandro González-Pires von River Plate. Bonotti-Oranger von Olympique Marseille. Danilo Cataldi von Lazio als Homegrown-Karte. Captain Koke von Atletico. Dann haben wir Chesney diesmal als Base-Karte. Und Julian Alvarez von Manchester City ebenfalls als Base-Karte. Weiter geht's mit Isaac Touré von Olympique Marseille. Dann die Homegrown-Karte mit Lucas Beltran von River Plate. Die Fans-Favorite-Karte mit Anthony von Manchester United. Und Rest sind in den Päckchen-Base-Karten. Gabriel Martinelli von Arsenal, Erik-Maxim-Chupo-Moting für die Bayern und Mason Mount für Manchester United. Dann haben wir Enzo Dias für River Plate. Mal wieder eine der schicken Power-Karten. Ein Magician ist es diesmal mit Luis Alberto. Dann das Wappen von Liverpool. Die Double-Trouble-Karte mit Gavi und Pedri von Barcelona. Und dann haben wir noch die Base-Karten von Arthur, von Palmeiras und Frenkie de Jong. Teamkollege von Gavi und Pedri bei Barcelona. Nächstes Päckchen mit Jorge Sanchez von Ajax. Dann Dean Henderson von Manchester United. Rising Star Matthias Souley von Juventus. Dann haben wir die Titan-Karte mit Fikario Tomori vom AC Milan. Und die Captains-Karte mit Giro Immobile von Lazio. So, bleibt noch eine Base-Karte im Päckchen. Und das ist Ibrahima Konate von Liverpool. Dann haben wir Neut-Emerick-Lapport von Manchester City. Giro Immobile diesmal als Dominator-Karte für Lazio. Dann die Fans-Favorite-Karte von Rafael Leão von AC Milan. Und die Base-Karten von Ousmane Dembélé von Barcelona. Teamkollege Alicandro Balte und Jack Vilesch von Manchester City. So, dann kommen wir zu unseren letzten drei Päckchen aus dieser Display-Box. Die beginnen mit Owen Weindahl von Ajax. Dann Olivier Giroud als Time-Machine-Karte. Die übrigens hier oben immer die Einsätze aufgedruckt haben. Bei diesen Special-Karten, je nach Kategorie, immer noch zusätzliche statistische Angaben. So, wie beispielsweise auch hier auf dem Wappen von Bayern München die Spiele und Erfolge hier im unteren Balken. Dann haben wir die Double-Table-Karte mit Gabriel Jesus und Kaius Saka von Arsenal. Und als Base-Karten noch Bremer von Juventus und Thomas Leymar von Atletico. Dann geht's weiter mit Mario Götze von der Frankfurter Eintracht. Marc-André Tester Stegen von Barcelona. Titan Gustavo Gomez von Palmeiras. Dann die Hongkong-Karte mit Gavi von Barcelona. Captain John Henderson von Liverpool. Da ist er inzwischen auch nicht mehr, wie die meisten sicherlich von euch wissen. Dann haben wir Alexander Isaac von Newcastle. Und das war's auch schon für dieses Päckchen, sodass wir zu unserem Allerletzten aus dieser Display-Box kommen. Mit Noel Molina von Atletico. Dann Enric als Rising-Star von Palmeiras. Die Fans-Favorite-Karte mit Kevin De Bruyne von Manchester City. Und als Rest hier Base-Karten Alejandro Garnaccio von Manchester United. Toma Barsic von Lazio. Und zum Abschluss Michael von Palmeiras aus Brasilien. Ja, und das war's ja, unsere Display-Box mit reichlich Karten aus dieser neuen Kollektion. Ich glaube, in Kombination mit dem Starter-Pack und den ersten 10 Packs, die wir schon vor ein paar Tagen geöffnet haben, hat man jetzt einen ganz guten Eindruck von dieser Kollektion gewinnen können. Ich persönlich bin großer Freund dieser neuen Homegrown-Karten und wie auch schon im Video mit dem Starter-Pack erwähnt, der Wappen. Da beide Karten diesen leicht glänzenden Metall-Effekt aufweisen, der ihn dadurch aus meiner Sicht so das gewisse etwas verleiht. Ebenfalls einen sehr hochwertigen Eindruck machen die Power-Karten mit diesem Strahlen-Effekt im Hintergrund, den Panini bei dieser Kollektion ja auch für die Limited Edition-Karte einsetzt. Und heraus sticht natürlich die Invincible-Karte in diesem wunderbaren Goldton. Muss sagen, über eine Top-Master-Karte hätte ich mich persönlich mehr gefreut, denn die Invincible-Karte, auch wenn es ja angeblich die seltenste Karte der Kollektion ist, wird man am Ende wahrscheinlich 4-5 Mal haben. Und bei ungefähr einer Werk-Karte pro Display-Box nimmt man dann natürlich lieber einen Top-Master als die Invincible-Karte. Allerdings immer noch besser, als gar keine Werk-Karte in der Box zu haben. Weil theoretisch gibt es die Möglichkeit ja, da sie nur in jedem 25. Pack drin sein sollen, denke aber mal, die Angabe dient eher so ein bisschen zur Absicherung bei Produktionsschwankungen. Im Normalfall sollte in jeder dieser Display-Boxen zumindest eine Werk-Karte dabei sein. Das von meiner Seite. Jetzt dürft ihr natürlich noch gerne ergänzen, was ihr zu den gesehenen Karten loswerden wollt. Also da keine falschen Ähmungen, sondern jetzt einfach mal anfangen, was ins Kommentarfeld reinzutickern. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch noch ein Like für dieses Video da lasst und dann sehen wir uns, sofern euch schon eins der kostenlosen Kanalabos gesichert habt, zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.